Hallo, Herr Weltmeister. Grüß dich. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Lieber Hemd oder lieber T-Shirt? T-Shirt. Was war der peinlichste Moment deiner Profikarriere? Irgendwo im Netz hinterm Tor landen und nicht mehr rauskommen. Bier oder Wein? Wein. Wie stehst du zu Schnaps? Ab und zu. Dein aktuelles Lieblingslied? Schau mal nach. Oh, ist das zu lang? Ja, warte. Was ist das denn? Ich kann mir die Namen nie merken von den Liedern, weißt du? Ich habe eine Weltmeisterschaftsliste erstellt. Na, hier. With you, Drake. Wie schwer ist eigentlich so ein WM-Pokal? Boah, über 20 Kilo. Eine Runde Pantomime. Zeig uns das Jubelgesicht von Cristiano Ronaldo. Das Jubelgesicht. Was macht er denn da? Schön. Worin bist du besser als Ljubomir Vranjes? Springen. Bei welchem Sport schaltest du den Fernseher aus? Golf. Welches war dein letztes Konzert? Die XX. Du oder Thomas Mogensen? Wer ist der bessere Spielmacher? Thomas. Warum? Er hat sehr viel Charisma und sehr viel Erfahrung. Und ja, ist eine Vorbildfunktion. Zeig uns doch mal dein typisches Mannschaftsfotogesicht. Merci beaucoup. De rien. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.